Hier, du! Hier! Hier! Ja, hab ich noch erwischt! So. Keine Ahnung. So, und jetzt will ich ihn, dass ihr ihn haltet. Ja, nur halten. Ihr müsst nichts anderes tun. Ja. Was? Ich hör's auch noch. Bip, 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 bip. Tja. Ja. We are capturing the escape part. Ich hab dich da oben schon gesehen. Nein, die Granate kam. Die Granate kam. Zu spät. Klar. Ja. Das gibt's. 2316 War schon mal nicht schlecht, ne? 2316 War schon mal nicht schlecht. Ich hab vier Pots aktiviert. Das war voll Einsatz, meine Freunde. Voll Einsatz. Für dieses Imperium. Was? Und dafür krieg ich nix? Schade. Schade, schade. So. Ja, wir können da auch uns die Iron Grenade. Massive against Fiegel, Schilden, Druids. Ein Schott. Ich mag den soweit. Blaster Rhyme. Ah. Okay. Okay, gut. Dann könnten wir mal. Wir wollen ja den anderen Spielraum des auch noch sehen. Ja, klar. Moment, das Game. Na klar. Oh, okay. Oh, unique FPS experience. Great replay value. Graphic, vehicle, pickups. That game. Ja, deswegen. Deswegen würde ich das empfehlen, ja. Ja. Ich hab doch genug. I have genug. You know. Ich bin bereit für against AT-80s. Ich hab gehört, dass die in der Beta extrem stark sein sollen. Ähm. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Oh, ich bin sie gleich zu Beginn schon mal. Äh. Ja, wir haben ja unsere Challenge. Hm, okay. Hostiles in the area. Y-Wink has targeting lock on our walker. Dein Maul. Schade, wir können da nichts ordern. Jo, Frankenstein, alles klar. Was? Jetzt muss er langsamer werden. Boah. Der hat ja vom Asch der Wild geschossen. Ich habe einfach so Jeze. Oh. Wow. Wir machen also. Wir machen einfach locker. Ja, 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 ja. Give them. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war schon mal nicht schlecht, ne? Das war schon mal, ey, das ist richtig nice. Bisschen merkwürdig, dass man das über ein Upgrade bekommt. Aber... Oh, oh. Schade, okay. Wäre nice gewesen, wenn ich den, äh, Luke rausgenommen hätte. Bähäähämm. Okay. Schauen wir mal. So. Okay. Gut. Well, am I shown now. Power ab, power ab, power ab. Oh. 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 Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Oh. We have lost a walker. Bähäähämm. und tschüss ach man tja bei zehn leuten da kann ich auch nur anfangen zu schießen aber wir haben schon ein walker verloren ja auch aus genau dankeschön ja 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 habe ich noch habe ist alternativ weiter ich hatte es in der hand ich hatte es in der hand habe es rausgegeben das ist natürlich und ich kacke wie schießt du bitteschön ach man ich hätte in den fucking tier weiter einsteigen können okay ja mir gefällt das nicht ich habe es in der hand Drei Wibings, das ist echt nicht gut. Ich habe bis jetzt noch keinen Darth Vader gesehen. Jetzt zum zweiten Mal habe ich ihn Luke gesehen. So, muss ich mal kurz gucken. Kurz gucken. So. Jetzt sollte wieder alles passen. Nein. Nein. Ahahaha. Yes. Nice. Darkseid. Nice. Okay, ich muss mich natürlich erst an meine Macht gewöhnen. Lauf nur, kleiner Mensch. Verdammt. Ja, gut. Okay. Ah, war schon geil. Aber darum musst du ihn natürlich erst an gewöhnen. So ist es. Gerade, wo ich mich beschweren wollte, habe ich Zufall aufgepickt. Dude. Sklut. Ich bin gespannt. Oh god. Schade. Das hat erst geklaut. Willst du nicht sterben? Oh, weiter. Hinten ist ein ADS-D noch. Ah, jetzt ist er verschwunden. Schade. Ich glaube, wir verlieren. Oh, das ist... Nicht, weil die Granate hat getroffen. Hm. Was für eine Entfernung, bitteschön. Ja, ja. Also wenn der jetzt noch durchkommt... Also 4Y-Fighter. An das Braum mit der Mauer überlebt kein AT. AT. Ja, kein Schaden verursacht. Das ist natürlich richtig scheiße. Keine Chance. Das war's. Jetzt kommt... Jetzt kommen die Bombe der Mauer runter. 6Y-Wings. Sehr gut verteidigt. Sehr gut verteidigt. AT-ST on the field! A-St. 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 Tja, 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 tja. Aber, ihr seht, obere Hälfte, das ist doch schon mal ganz gut für den Anfang. Das ist doch ganz gut. Moos up links defended. Tree. Yes. Na ja, 8000 Punkte, das ist doch schon mal immerhin etwas. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier so einen Iron Shot bekommen. Obwohl es eigentlich uns nichts... Ah, doch. Wird uns in Zukunft etwas bringen. Yeah, Iron Shot. Das ist doch schon mal was. Und jetzt starten wir mal das Match. Na, jetzt bin ich auf der gegnerischen Seite. Bin mal gespannt. Und, ja, Fahrzeuge, gibt es bei denen überhaupt Fahrzeuge? Ich weiß es gar nicht. Ach so, ich habe immer noch den Blaster. Der Blaster ist nicht so gut. Der ist nicht so gut auf die Ferne. So. Und, ja, Fahrzeuge, gibt es nicht so gut. Ja, ja, schießt nur. I give a shit for this. Ich activate mal hier. So. Und was ist das hier für ein Bonus? Normaler, oder? Ja. Yeah, nice. Shit. Nein. Ach, kommt, ey, Leute. Die Ranch ist kacke, ja. Also, wir nehmen jetzt mal... Wir nehmen mal Blaster-Ding. Die Ranch von dem Ding ist mal richtig beknackt. Couch-Camper. Mhm. Der ist doch schon auf dem Weg zu uns. Oh, Mann. Oh, Mann. Da kriegt man so leichte Aggressionen. Das gibt es doch nicht. Kann man sich nur so anstellen. X-Wing. Da vorne war ein X-Wing. Naja, ich finde es... Ohne Witz. Ich finde es nicht cool. Das ist irgendwie komisch. Wir kriegen nicht... Ein Uplink kriegen wir nach oben. Mann, so ein X-Wing-Ding war vorne. Ach, wie gemein. Ja, der verteidigt echt gut, muss man ehrlich sagen. Verteidigt echt gut. Und da hinten kommt schon der zweite angetrampelt, ey. Ohne Witz. Ah, ich wollte doch verlassen, grad. Ja, erster Checkpoint erreichen die jetzt, gerade in diesem Moment. Alter, sehr... Also dieses Team, muss man ehrlich sagen, verteidigt echt gut. Verteidigt echt gut. Also wir haben nicht einen Uplink bekommen. Nicht einen einzigen. Da verteidigen sie jetzt gerade einen Uplink. Aber das war es auch schon. So, und ich verfranse mich hier gerade mit meinem Headset. So, jetzt halt. Hey, wir haben noch... Ja, wir haben zwei. Ah, wir haben zwei. Das ist doch immer ein Etwas, ne? Hm. Airstrike incoming Walker is exposed focus all blasters on it Airstrike the firepower on that Walker der hat sich schlauer angestellt hat sich als ich da aus welcher war so was ach so der sitzt im arti arti drin ja ja mann ich will auch fliegen so nah und doch so fern wie ärgerlich wie ärgerlich sehr 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 ärgerlich fuck you orbiter strike hey das sind wie ameisen wir halten ja gar nichts unser arving yeah nice unser fucking arving hier jetzt haben wir es so was kann man denn damit machen alter ist das eine komische steuerung das ist ja mehr als seltsam okay das ist ja mehr als werk würde ich zu steuern das ist ja richtig merkwürdig zu steuern was soll ich machen was soll was soll ich machen neunzehn mal bin ich gestorben schon neunzehn mal ja aber ich hab keine ahnung wie man das steuern soll ja wir verlieren auch richtig hart also das muss man ehrlich sagen nea oh oh Das ist es. 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 Hm. Nein, ich hätte ihn fast getötet. Und er hat noch zwei Leben gehabt. Wollen wir es nochmal probieren? Oh! Ja, Speeder. 5-11. Ready to assist. I guess we should have run harder than two kurt고�도. We can dig up. Who are we? Looks like this. Aber wieso haben die die coolen Seilwinden nicht mehr? Sehr schwierig damit zu fliehen. Der hört sich vielleicht an der Maus, aber... Ja komm, ich konnte nicht hochziehen. Nein, haben sowieso verloren. Ja, lächerlich. Defeat. 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 Defeat mache ich es auch falsch. Das kann natürlich auch gut sein. Ja, aber wir sehen uns bestimmt bald wieder, hoffentlich. Und dann wollen wir mal schauen, was so noch so geht. Tschau. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja. 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 Ja.